servus meine lieben freunde und herzlich willkommen beim gamer impuls in diesem video möchte ich euch die nächste challenge vom raid tiefstein krypton erklären und einmal zeigen und zwar geht es um die zweite phase und dort haben wir die challenge kupien der kupien die challenge verläuft so dass ihr wenn ihr athrax die kupien tötet er eine kugel fallen lässt diese wenn ihr aufhebt habt ihr einen gewissen timer diese könnt ihr dann mit den agenten buff immer wieder abschießen und dann auch wieder den timer zurücksetzen man kennt es ja eigentlich wenn man den raid normal spielt dann kann man die kugeln eben in die schleusen abgeben auch und nach draußen schießen dass eben athrax nicht noch einmal spawnt und die phase beendet ist jetzt ist aber so in der challenge dürft ihr diese kugeln nicht in den schleusen abgeben das heißt ihr müsst jede kugel aufheben und behalten natürlich kann der mit dem agenten buff euch immer wieder diesen buff abschießen aber wie gesagt ihr müsst auf jeden fall gut damage machen denn umso länger das ganze dauert umso mehr kugeln habt ihr dann natürlich und umso stressiger wird es also schaut dass ihr das ganze so gut wie möglich in einer schadensphase macht ansonsten hättet ihr dann noch die chance in der zweiten schadensphase noch zwei kugeln aufzuheben oder eine besser gesagt mit der sechsten wird es dann schon ein bisschen problematisch aber ja so ist die ganze challenge ihr dürft keine kugel von athrax abgeben ihr müsst die behalten und die ganze phase damit abschließen auch beim final stand müsst ihr die kugeln behalten ihr dürft ihn nicht vor dem final stand abgeben und dann fertig machen denn das funktioniert auch nicht also wirklich bis zum schluss die kugeln behalten und dann habt ihr das ganze geschafft so leute das war es von meiner seite aus ich lasse das video jetzt noch bis zum schluss laufen könnt ihr euch gerne mal anschauen wie wir das so gemacht haben wenn ich euch mit dem video weiterhelfen konnte lasst gern einen daumen nach oben da abonniert diesen kanal schaltet die glocke ein um weitere videos nicht zu verpassen ich schalte mich ab euer gamer impuls ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020